Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Ja, heute kam schon ein kleines Video, so ein kleines Unboxing-Video meines neuen Ultra-Smartphones S5 von Samsung Galaxy S5. Das beste Handy, was mir seit langem in den Händen lag. Und ja, ich dachte mir, gestern ist ein bisschen was passiert, heute ist ein bisschen was passiert, dann machen wir doch mal glatt einen Part. Und am Ende des Videos gibt es noch eine kleine Neuigkeit für euch, für mich, für alle, die diesen Kanal hier betreffen. Ja, gestern Dienstag war der 29.04. und es gab wieder Wartungsarbeiten und Neuerungen im Spiel Hero Zero. Ich dachte, wow, was haben sie denn jetzt schon wieder vieles geändert, also Bugs rausgefischt und so. Und im Endeffekt kamen vier Stichpunkte in der Patchnote und die waren wie folgt geschrieben. 1. In sehr seltenen Fällen wurde die Heldentat für ein Turniergewinn nicht auf erledigt gesetzt, nachdem man ein Turnier gewonnen hat. 2. Dies wurde anscheinend gefixt. Man weiß es nicht, weil es steht nicht da, aber ja. Gelöschte Spieler und Teams werden in der Turnierberechnung nun nicht mehr mit einbezogen. Das heißt, man rückt in den Rängen sozusagen höher, wenn sich während des Turniers irgendjemand löscht oder so ähnlich. 3. Teamkämpfe ohne Gegner hatten in der Teamkampf-Historie zu einem Fehler geführt. Dieses Problem wurde behoben. Das ist sehr gut. Und als letzter Punkt, hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Ja, was es im Endeffekt war, weiß man noch nicht oder vielleicht doch. Auf jeden Fall ist heute ein kleines Event gestartet, nämlich ein Ghostbuster-Event. Moment. Ja, man kann ja mal kurz die Nachrichten lesen. Heute, kurz um 0 Uhr, 3 Minuten, um genau zu sein, kam eine Nachricht, also auch ziemlich pünktlich, wenn man es sonst so kennt, gerade bei so Runden-Mails auf Server 5, da kam die manchmal erst um 2 oder um 3 Uhr nachts. Diesmal war es relativ pünktlich, 3 Minuten nach 0 Uhr kam folgende Nachricht. Man kann nicht mal hier den Betreff komplett lesen, das ist ja blöd. Hexen-Monster-Geisterjäger Die Hero Zero-Valpurgis-Nacht... Ja, was auch immer. Hallo Schlimmerstürmer, in der Valpurgis-Nacht sind die Hexen los. Die Einwohner von ganz Humphrey Day setzen sich Masken auf und tanzen um traditionelle Feuer, um die garstigen Hexen aus der Stadt zu vertreiben. Hilft dabei, die kichernden Unholdinnen aus der Stadt zu jagen. Entsprechende Hilfsmittel dafür findest du in Form von besonderen Walpurgis-Gegenständen im Second-Hand-Shop. Aber diesmal treiben nicht nur Hexen ihr Unwesen. Vom 30.04.2014 bis zum 4.05.2014 sind die Ghostbusters in Humphredale unterwegs, um die Stadt von Geistern und anderen Monstern zu befreien. Hilf ihnen dabei, indem du die Spezialaufgaben des Ghostbuster-Events erfüllst. Es winkeln tolle Geisterjäger-Belohnungen. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Geisterjagd und der Walpurgis-Nacht. Gespenstige Grüße, dein Hero Zero-Team. Das heißt, es gibt neue Gegenstände, die ein bisschen zur Walpurgis-Nacht gehören. Also wahrscheinlich Hexengegenstände oder als Begleiter so ein Geist. Und darüber hinaus findet seit heute bis zum 4.05. ein neues Event statt. Das Ghostbuster-Event, wo man wieder einige Missionen zu erfüllen hat, um das Event abzuschließen. Dann kam heute Mittag, 13 Uhr, noch eine neue Nachricht, dass es jetzt ein neues Set gibt unter der Handshop. Das Original-Ghostbusters-Set ist jetzt verfügbar. Hallo, Schlüpperstürmer. Die Ghostbusters sind zur Geisterjagd nach Humphredale gekommen. Während du ihnen dabei hilfst, ihre verlorene Ausrüstung wieder zu beschaffen, solltest du natürlich für alle paranormalen Begegnungen gerüstet sein. Zum Beispiel mit einem Original-Ghostbusters-Outfit. Das komplette Ghostbusters-Heldenset gibt es ab sofort im Unter-der-Hand-Shop. Greif zu und zeig den Geistern, wie viel Power in deinem unlizenzierten Nuklearbeschleuniger steckt. Geisterjagende Grüße, dein Hero Zero Team. Ja, also es gibt jetzt zu dem Zorro und dem Man in Black Set auch das Ghostbusters-Set. Damit hat Hero Zero eine weitere Lizenz einerworben. Hier unten steht es auch. Copyright, also Ghostbusters ist eine Trendmark. Copyright liegt bei Columbia Pictures. Ja, Man in Black ist genauso. Columbia Pictures Industry. Und bei Zorro sind es die Zorro Productions Inc. Ja, freut mich zu sehen, dass es hier doch noch ein bisschen vorangeht. Ähm, und ja, da könnt ihr euch ein neues Set kaufen. Ähm, wird dann euren jetzigen Level angepasst. Und, ja, da könnt ihr halt dann ein bisschen als Ghostbuster dieses, ähm, derzeitig laufende Event beschreiten. Und wenn wir schon bei Events sind, dann wollen wir uns doch auch das Event gleich mal anschauen, nachdem ich hier den Rotz ein bisschen nicht verprügele, weil er mich verprügelt. Ähm, schauen wir uns das Event doch gleich mal an. Die, äh, die Trainingseinheit können wir eigentlich noch durchlaufen lassen. In dieser eine Minute werde ich mich in meinen Skills, Vitae Men, Monsieur und Madames und Ihnen sagen, ähm, dass auf jeden Fall Änderungen kommen werden. Ähm, bei Hero Zero, bei meinem Kanal und bei unserem Team. Dafür möchte ich euch sagen, dass ihr mal ein bisschen raten sollt, was es für eine Änderung beispielsweise in unserem Team geben könnte. Ähm, am Ende der Folge verrate ich noch ein bisschen mehr. Da könntet ihr euch dann wahrscheinlich schon denken, was folgen wird. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ähm, ja, das wäre schön. Und ich würde sagen, die letzten 30 Sekunden beschäftigen wir uns mit der heutigen Nacht. Ähm, weil Pog ist Nacht. Wie findet ihr das? Geht ihr zu solchen großen Hexenfeuern? Habt dort Spaß mit euren Kollegen und Kollegas. Ähm, knallt ihr euch die Rübe zu? Oder seid ihr dort einfach, weil euch das Feuer gefällt? Macht ihr vielleicht eine kleine Homeparty? Schreibt es in die Kommentare, was ihr heute an diesem wundervollen Abend so erledigt habt. Ähm, ja, ich muss morgen arbeiten. Das heißt, für mich ist es nicht groß feiern. Ähm, deswegen nehme ich gerade einen Part auf für euch. Und rede ein bisschen mit euch über die Walpurgisnacht. So, jetzt gehen wir mal auf Mission. Da ist ein Schurkenüberfall. Der Geisterjäger Dr. Egon Spenkler ruft an und sagt, dass ein Stay Puft Marshmallow Man, ähm, ja, sein Unwesen treibt. Und hier kommt der Event Text, nämlich, who you gotta call, Ghostbusters. Dr. Peter Wankman schreibt, Hallo, Peter Wankman hier. Wir haben gehört, dass in eurer Nachbarschaft etwas faul ist. Fliegende Bücher, interdimensionale Risse in Kühlschränken und so. Meine Jungs Ray, Egon, Winston und ich kümmern uns darum. Während unserer Anfahrt sind uns allerdings ein paar wichtige Utensilien, ähm, abhanden gekommen. Kannst du uns helfen, unser Equipment wieder zu beschaffen? Wenn du alle gestellten Aufgaben hast, du hast eine Belohnung. Du kannst dabei ein, drei Gegenstände auswählen. Nämlich, zehn Fähigkeitspunkte bekommt man sowieso. Fünf Donuts auch, wenn man halt alle Missionen abschließt. Dann hier, Begleiter Slimer. Das ist einer der Geister, den es jetzt als, ähm, Begleiter gibt. Während dieser Phase. Dann ein Zufälliger Gegenstand der Qualitätsstufe Episch oder ein anderer Zufälliger Gegenstand der Qualitätsstufe Episch. So, und jetzt schauen wir mal, was wir alles dafür machen müssen. Null von 35 Geisterfallen gefunden. Diese Geisterfallen werden sicherlich in den Missionen versteckt sein. 30 Mal trainiert haben in diesen fünf, äh, sechs oder fünf Tagen. Ähm, Stay Puft. Null von einmal den Stay Puft Marshmallow Man besiegt. Okay, PKE Meter beschafft. Null von zehn. Sind wahrscheinlich auch, äh, bei Missionen versteckt. Und Ersatzakkus werden auch bei Missionen versteckt sein. Jo, sieht hier oben auf jeden Fall schön aus. Haben sie schön gemacht. Aber ich werde mich diesem Event nicht anschließen, da ich nicht die nötige Zeit habe. Und der Marshmallow Man mittlerweile wieder weg ist und ich ihn mir nicht angucken kann. Ich wollte ihn eigentlich sehen. Nun gut. Ja, da sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Und mehr gibt es nicht zu erzählen. Also habt viel Spaß mit dem Event auf jeden Fall. Es ist mal wieder schön, ein so groß angelegtes Event hier mitverfolgen zu dürfen. Und, ja, jetzt noch ein bisschen was in eigener Sache. Denn, ich habe mir überlegt, dass ich größtenteils mit den Hero Zero Videos bei YouTube aufhören werde. Das heißt nicht, dass nicht ab und zu mal ein Video kommen kann. Gerade bei größeren Updates oder wenn ein neuer Server kommt oder so. Aber die richtige Let's Play Reihenfolge, wo wirklich am Anfang noch jeden Tag ein Video kam, dann nur noch in der Woche zwei Videos, mittlerweile alle zwei Wochen ein Videos oder so ähnlich, wird es nicht mehr geben. Ähm, diese ist jetzt mit diesem Part sozusagen beendet. Vielleicht mache ich noch eine abschließende Abschlussfolge, aber ich wüsste selbst nicht, was ich da so richtig reinpacken soll. Deswegen, ähm, schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr noch Interesse habt an einer abschließenden Abschlussfolge. Hier von meinem längsten Let's Play auf diesem Kanal. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für alle Zuschauer meiner Let's Plays. Auch wenn sie vielleicht nicht allzu wertvoll waren, hat es mich gefreut, euch unterhalten zu haben. Ähm, es wird auf meinem Kanal natürlich weitergeben mit anderen Spielen. Ähm, Browser Games ist nicht unbedingt, gehe ich davon aus, weil ich wüsste nicht, welches. Also Browser Games, ich kenne zur Zeit kein neues, anstrebendes Browser Game, was wirklich mir Laune macht oder was mir gefällt. Deswegen bleibe ich lieber bei den richtigen Games. Session Games, like TTT, wird vermehrt kommen. Minecraft wird vermehrt kommen. Des Weiteren wird es vielleicht auch Solo-Projekte geben oder, ähm, Coop-Projekte, wo man Kampagnen zu zweit oder alleine durchspielen wird. Es wird auf jeden Fall viel passieren hier auf meinem Kanal. Leider nicht mehr mit Hero Zero in seiner gewohnten Form, sondern eher in einer Special-Form, sodass es wirklich immer mal so ein Special-Video gibt von mir, wo ich euch nochmal in die alte Zeit zurückhole von Hero Zero und ihr vielleicht Spaß mit mir zusammen habt bei Hero Zero. Ich bedanke mich bei euch. Das war wieder euer Schlübber-Stürmer, demnächst wahrscheinlich eher unter Let's Fabi bekannt. Und ich sage Tschüss, bis demnächst in einem anderen Video. Adieu.